Hallo, hier ist Naruto 286, herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight zu Part 186 Wir machen da jetzt weiter wo wir aufgehört haben und ähm, versuchen wir uns das nächste Team Ja, schön Weil, irgendwie raff ich das jetzt hier gerade nicht Glaub nicht, dass ich mich aus Feichen habe Ich kämpfe bloß nicht gegen zwei Leute, die ihre nicht verliebt hätten Klar Aber ich komme zu dir noch WhatsApp, Alter Ja, das finde ich jetzt eben bekloppt, weil hier, das ist jetzt was, was mir jetzt hier so gerade direkt nicht anzeigt Das ist das, was ich gerade so ein bisschen bekloppt finde Er ist der Typ, der uns schon immer das Leben zur Hölle gemacht hat Das ist es, was zählt Okay Probieren wir uns nämlich jetzt noch einmal schnell Oh, hau doch mal ab jetzt Ich bin wieder am Scheiß-Polzei-Wagen Hier ist das aber diejenigen, wo mich reingeprattert seid Also halt eine Klappe Da ist das? Oh ja Das hört jeder Nichts nicht so lange Ich glaube, ich habe einen Batman gesehen, sah behaariger als sonst aus. Ach, scheiße! Es ist Batman! Bring uns hier raus! Frank, auf allen Sender wird das gleiche Lieb dieser Notfalldurchsage. Das kann doch nur die Bruder sein, aber ich weiß nicht, warum es mir das Zeichner nicht anzeigt hier. Hallo? Ich bin doch richtig hier, was ist denn der Fuck? Oh, das zeigt mir hier nichts mehr an, das ist der Scheißdruck hier. Mann, diese Stadt ist ein Sauhaufen. Wir brauchen den Joker zurück. Der würde hier verordnen, umsorgen. Das ist ein Drecksrichtig. Du wolltest dir doch die Kippen krallen, deswegen seht wir doch überhaupt in den Laden ein. So. Batman hat eine Schattendrohne getroffen. Tja, das war so eine Scheiß-Schattendrohne. Okay. So, dann müssen wir jetzt nochmal hier durchgehen. Es gibt immer noch ungelöschte Reden. Junge, halt die Backen einfach, was kann ich dafür? Wenn es mir hier nicht anzeigt. Oh. Oh, was ist das? Ich bin davon gekommen. Danke, Batman, falls du mich hörst. Kein Problem. Hier zeigt es mir auf einmal nichts mehr an, oder ist das schon der Fuck, Alter? Hm. Ich verstehe das nicht. Was hat Wayne davon? Kann er dieses Panzerauto von der Steuer absetzen, oder was? Ich bin froh, dass Batman ihn erwischt hat. Ah, okay. Ich weiß auch nicht. Ich weiß manchmal nicht, warum ist das mir hier? Ja, jetzt zeigt es mir an, hier, aber warum ist das mir bei anderen nichts anzeigt, verstehe ich nicht. Okay. Ich wünsche dir Jokers Funland, wenn euer Betrieb keine Schlangen am Riesenrad. Wenn wir nicht bald was finden, kriegst du eine aufs Maul. Okay. Hier hört es dann auf einmal auf. Ich weiß nicht, warum. Jetzt kommen! Ich glaube, ich hätte auch das Zeug für die Amiga cruitäts. Oh. ...und nicht so. Vorsicht Batman hat ne Kanone auf seinem Schlitten der macht uns die Hölle heiß! Ich habe gesehen, wie ein paar von Halbesloten mit Männern von Pengu in Gemeinsam ist, dass er noch zu haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich denke, dass der Blitz niemals an einer Stelle zweimal einschlägt. Ich glaube das lieber mal nicht. Das passiert bei mir schneller als du glaubst, Freundchen. Entweder verarscht mich das Spiel hier jetzt gerade... Leute, ich weiß nicht was es ist. Entweder verarscht mich das Spiel hier gerade an der Stelle ein bisschen oder... oder... Ich weiß nicht weder... Ich bin doch richtig, aber irgendwie verarscht mich das Spiel hier gerade ein bisschen. Das ist das scheiß Problem mal. Ja. Löse nun weiter diese Rätsel! Detektiv! Ich warte noch! Ich bekomme den metallischen Fuß zu zermalmen! Ich weiß nicht, du bist nicht. Hä? jetzt müsste es mir eigentlich hier anzeigen irgendwie verarscht mich das hier gerade schon wieder so ein bisschen hier jetzt ist es mich gerade schon das so um das spiel ich mich gerade schon wieder im verarschen das glaube ich nicht dass es so ist was ist hier oben das Ding habe ich schon das Ding muss ich hier schon halbzüste ja alles jetzt bekloppt wirklich das kommt mir jetzt irgendwie verbirgt das ist ein bisschen bekloppt hier wirklich jetzt wirklich ist hat er irgendwer diesen herrner Klee gesehen? diesem Jungen hätte es echt gefallen Es fehlt nur noch, dass dieser Freak aus Metropolis hier reinschneit. Ich weiß nicht, ob mich das Spiel hier gerade irgendwie verarschen will. Ich kann nicht glauben, dass alle panisch abgeholt sind. Gotham ist unter den Joker ganz schön verweichlicht. Also jetzt... Mein Sack, der anfängt zu jucken, ey. So. Gut gemacht, du Trottel ist hier! Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Leute, irgendwie ohne Scheiß, das merke ich jetzt gerade schon irgendwie, wie mich das Spiel gerade verarschen. Ja, okay, dann lassen wir das jetzt mal hier und machen dann halt im nächsten Part weiter. Also, dann bis gleich. Okay. Okay.